Bevor ich es vergesse, momentan gibt es noch einen Rabatt bei meinem Partner Loot4Games und zwar erhaltet ihr 20% Rabatt auf jedes GTA Produkt, zusätzlich gibt es noch Geld geschenkt und zwar bekommt ihr bei einem Moneyboost mit 25 Millionen Dollar 5 Millionen Dollar extra, bei einem Account mit 1 Milliarde Dollar gibt es sogar 100 Millionen Dollar extra. Alle Infos findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und mit dem Code Marco gibt es 5% oben drauf, also schlagt zu, mit dem Link bekommt ihr nämlich den besten Deal und in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen direkt zum eigentlichen Video, lehnt euch zurück und let's go. In diesem Video soll es ja darum gehen, wie ihr momentan 3 Millionen Dollar in GTA 5 Online sparen könnt und zwar ist es so, es gibt einen Helikopter, der kostet nämlich 3 Millionen Dollar und diesen gibt es momentan kostenlos, also komplett gratis in GTA 5 Online. Das Ganze wird aber wahrscheinlich nicht mehr lange verfügbar sein, also macht das Ganze so schnell wie ihr könnt, um euch diese 3 Millionen Dollar zu sparen. So und falls ihr das Ganze gefällt und du Bock hast, dann zeige ich es mir jetzt unbedingt mit deinem Daumen nach oben, würde mich auf jeden Fall sehr supporten und den Kanal, damit ich immer weiter Videos für euch produzieren kann. Aber in diesem Sinne kommen wir direkt zum eigentlichen Video, also lehnt euch zurück und let's go. Ach ja Freunde und ganz kurz, falls ihr eine 20 Euro PSN hatte oder einen Monat Netflix kostenlos gewinnen möchtet, dann schaut unbedingt bei meinem anderen Kanal vorbei, dort läuft nämlich ein Gewinnspiel bis zum 1. Januar, bei dem ihr die Sachen gewinnen könnt, im Prinzip müsst ihr nur den Kanal abonnieren und das neueste Video liken und einen Kommentar schreiben. Der Link zu dem Kanal findet ihr auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar und dort findet ihr weitere Informationen. Aber somit komme ich jetzt zu dem kostenlosen Helikopter in GTA 5 Online. Um diesen nämlich gratis in GTA 5 Online zu bekommen, benötigen wir erstmal zwei Dinge. Zum einen brauchen wir nämlich eine Agentur aus dem neuen Decontract DLC und hier ist es komplett egal, ob ihr euch eine günstige Agentur kauft oder die teuerste. Es reicht wirklich, wenn ihr die günstigste für 2,2 Millionen Dollar habt und diese ist außerdem von der Lage echt Baba, also da macht ihr auf jeden Fall nichts falsch. Als zweites braucht ihr dann einen Hangar und hier ist es auch egal, welchen Hangar ihr besitzt, Hauptsache halt ihr habt einen Hangar, wo ihr Fahrzeuge modifizieren könnt und so weiter. Und ich weiß, diese beiden Dinge sind nicht die günstigsten in GTA 5 Online, allerdings sind sie auch nicht so teuer, wie man denkt. Ihr kriegt wie gesagt die Agentur schon für 2 Millionen Dollar ohne Upgrades und einen Hangar bekommt ihr auch für recht wenig Geld. Wenn ihr diese beiden Dinge aber habt, dann können wir direkt starten. Und zwar begebt ihr euch dafür in eure Agentur, dann geht ihr ganz einfach zu eurer Rezeption zu diesem Typen hier, drückt die Pfeiltasten nach rechts und dann geht ihr auf mit Helikopter verlassen. Wenn ihr jetzt hier seid, dann findet ihr einen gratis Helikopter namens Super Volito der Agentur und diesen Helikopter wählt ihr aus und damit werdet ihr dann über dem Dach ganz einfach aus der Agentur rausfliegen. Wenn ihr jetzt hier seid, dann müsst ihr im Prinzip nur noch eine einzige Sache tun und zwar fliegt ihr jetzt mit diesem Helikopter zu eurem eigenen Hangar, denn dort geht es dann direkt weiter. Und Freunde am Ende des Videos werde ich dir noch gleich zeigen, wie du mit der Agentur noch Geld verdienen kannst und zwar mit dem Tresor. Dort gibt es nämlich paar Infos, die noch nicht so viele wissen und diese möchte ich auf jeden Fall nicht vorenthalten. Jedenfalls bin ich jetzt hier bei meinem Hangar und ihr müsst sicherstellen, dass ihr beim Hangar mindestens einen freien Slot habt, damit der Helikopter da rein kann. Und jetzt könnt ihr eben die Falltaste nach rechts drücken und mit diesem Helikopter in eurem Hangar reinfliegen. Genauso wie mit irgendeinem Fahrzeug, das ihr gekauft habt. Also auf jeden Fall richtig krass, ich weiß nicht, ob das von Rockstar Games gewollt ist, dass wir diesen Helikopter wirklich jetzt als persönliches Fahrzeug im Hangar hinstellen können. Falls nicht, dann haben wir auf jeden Fall jetzt richtig Glück gehabt und somit einen richtig teuren Helikopter kostenlos in GTA 5 Online bekommen. Ich habe gerade nachgeschaut, dieser kostet nämlich genau 2,3 Millionen Dollar und keine 3 Millionen Dollar, ist aber trotzdem wirklich sehr sehr teuer. Und wenn ihr euch zum Beispiel die günstigste Agentur kauft für 2,2 Millionen Dollar, dann könnt ihr denken, der Helikopter kostet 2,3 Millionen Dollar. Das heißt, ihr habt mit der Agentur diesen Helikopter kostenlos bekommen, der eigentlich noch 100.000 Dollar teurer ist als die eigentliche Agentur. Und zusätzlich gibt es bei der Agentur eine 20er Garage dazu, die ihr euch nicht extra kaufen müsst. Also auf jeden Fall ein Plusgeschäft, Agentur auf jeden Fall kaufen, lohnt sich. Besonders lohnt sich das Ganze, weil ihr dort momentan wirklich viel Geld verdienen könnt. Ich habe gestern ein Video dazu hochgeladen, wie ihr momentan in der Woche am besten Geld verdienen könnt. Und da ist die Agentur auf jeden Fall sehr sehr gut dabei, weil es 50% Bonus gibt und zwar auf die Contract VIP Missionen und zwar diese Story. Da gibt es wirklich viel Geld, könnt ihr auf jeden Fall im letzten Video vorbeischauen. Ja und das Ding ist eben, wenn ihr in eurem Hangar eine Werkstatt besitzt, dann könnt ihr diesen Helikopter auch modifizieren. Zwar könnt ihr hier nur die Farbe modifizieren, ist aber trotzdem sehr cool, dass wir das Ganze machen können. Und falls ihr es nicht wusstet, dieser Helikopter steht immer auf der Yacht. Also falls euch das Ganze bekannt vorkam, das ist der Helikopter, der immer auf der Yacht steht. Und diesen könnt ihr jetzt komplett kostenlos im Hangar stehen haben und das Ganze halt als persönliches Fahrzeug haben. Ja und es gibt eine richtig coole Aktion, die es nur bei persönlichen Fahrzeugen gibt. Dafür könnt ihr nämlich das Interaktionsmenü öffnen, dann geht ihr auf Fahrzeuge und hier könnt ihr jetzt diesen Helikopter direkt anfordern. Das heißt, er wird direkt neben euch gespawnt und ihr müsst nicht irgendwie Pegasus anrufen und ans andere Ende der Map fahren. Ihr habt es direkt bei euch und das ist auf jeden Fall eine geile Sache, weil ihr hier somit einen Helikopter habt, der eigentlich zu 100% gekauft ist, den ihr aber jetzt kostenlos bekommen könnt. In diesem Sinne kommen wir dazu, wie ihr in der Agentur mit dem Tresor viel Geld verdienen könnt. Aber vorab momentan mit dem neuen DLC sind viele Änderungen dazu gekommen. Zum Beispiel ist die Kapazität im Tresor in eurer Spielhalle von 50.000 Dollar auf 100.000 Dollar erweitert worden. Das heißt, ihr müsst nicht dort immer hinlaufen, ihr könnt einfach chillen und das Ganze wird dann mit der doppelten Zeit 100.000 Dollar wert sein und das ist auf jeden Fall richtig cool. Dazu wurde der Nachtclub Tresor von 70.000 Dollar auf 250.000 Dollar erweitert und somit könnt ihr auf jeden Fall viel chilliger Geld verdienen. Aber diese beiden Tresore sind wie gesagt nicht die einzigen. Es gibt jetzt den neuen Tresor in der Agentur und damit könnt ihr auch wirklich viel Geld verdienen. Und gebt euch das Ganze einfach mal, Freunde, ihr könnt GTA Online für ein paar Stunden laufen lassen. Dann geht ihr zu eurer Spielhalle, holt euch das Geld vom Tresor, dann geht ihr zum Nachtclub, holt euch euer Geld und ihr geht dann zur Agentur, holt euch euer Geld ohne irgendetwas dafür zu tun. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, die ihr jetzt machen könnt. Aber wie gesagt, wie macht man Geld, dazu komme ich jetzt. Genauso wie im Nachtclub liegt die Tresorkapazität in eurer Agentur auch bei 250.000 Dollar. Allerdings füllt sich das Ganze wirklich sehr, sehr langsam. Aber woran liegt das? Es ist nämlich so, wenn ihr 5 Security Aufträge, die ihr gerade im Hintergrund sehen könnt, abgeschlossen habt, dann bekommt ihr 500 Dollar mehr bei den Tageseinnahmen. Und wenn ihr logischerweise 50 Security Aufträge gemacht habt, dann bekommt ihr pro Tag anstatt 500 Dollar 5.000 Dollar. Ja und ihr denkt euch vielleicht, es ist nicht so viel, denn einen Tag in GTA 5 Online dauert im echten Leben 48 Minuten und da bekommt ihr jetzt 5.000 Dollar. Das Ganze müsst ihr eben hochrechnen. Es geht maximal bis zur Kapazität von 50.000. Das heißt, wenn ihr 500 Security Aufträge gemacht habt, dann bekommt ihr bei den Tageseinnahmen 50.000 GTA Dollar. Und dann macht ihr jede 48 Minuten fürs Nichtstun 50.000 GTA Dollar. Das Ganze lasst ihr dann einfach für 5 GTA Tage laufen, dann habt ihr 250.000 Dollar, könnt euch das Ganze abholen und macht wirklich viel Geld. Allerdings wissen wir glaube ich alle, dass es ein riesiger Zeitaufwand ist, 500 Security Aufträge zu spielen. Wenn ihr das Ganze aber vielleicht mit 250 gemacht habt, dann bekommt ihr eben 25.000 Dollar pro Tag. Ist eben auch nicht schlecht, alle 48 Minuten dieses Geld zu erhalten. Ja Freunde, in diesem Sinne waren das aber alle Informationen von diesem Video. Ich hoffe es hat dir gefallen. Falls ja, dann zeig es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr unterstützen. Aber in diesem Sinne war es das hier von diesem Video. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und Tschüss. 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 Tschüss.